Hallo zusammen, Bitcoin steht gerade bei etwas mehr als 98.000 US-Dollar und wird sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen die 100.000-Dollar-Marke durchbrechen. Nicht nur das, es gibt einige sehr, sehr, sehr bullische Entwicklungen, wie zum Beispiel die Freigabe des Optionshandels für den Bitcoin-ETF. Und alleine das öffnet Bitcoin für eine ganz neue Käuferschicht und bringt damit super viel Kaufinteresse in den Markt. Zudem konkretisieren sich die Ideen, dass die USA eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen könnten und wenn das passiert, dann sind 100.000 US-Dollar ein ganz, ganz bescheidener Anfang und der Bitcoin-Kurs könnte dann in den kommenden Jahren sogar im Millionenbereich landen. Und wie das dann aussieht, das muss man sich einfach mal hier im Chart vor Augen führen. Diese ganzen heftigen Schwankungen hier in dem Chart von heute, wenn BTC auch nur auf 500.000 klettern würde, die sehen dann so aus. Und davon sieht man dann hier also nichts mehr und das ist dann auch total wurscht, ob wir hier mal auf 90.000 oder auf 70.000 waren. Das ist alles eine einzige flache Linie. Und das sieht schon ziemlich unglaublich aus, oder? Aber so krass, das hat es tatsächlich alles schon gegeben und das passiert auch immer wieder. Wenn man sich mal den Chart von 2017 anschaut, da ist das auch im aktuellen Chart eine einzige flache Linie und da sieht man tatsächlich nichts davon, wie sehr das damals rauf und runter gegangen ist. Das erkennt man erst, wenn man dann hier richtig reinzoomt. Und das ist also jetzt quasi so eine Situation wie damals 2013, als Bitcoin auf 70 US-Dollar geklettert ist. Also nicht 70.000, sondern wirklich 70 US-Dollar. Und ich habe damals beschlossen, dass mir das jetzt zu teuer ist zum Nachkaufen. Ich wollte damals warten, bis Bitcoin wieder auf 50 Dollar fällt und das ist dann natürlich nie passiert. Also total bescheuert jetzt zu verkaufen. Vollkommen egal, ob man jetzt 90, 80 oder 120.000 bekommt. Und das ist aber tatsächlich nur so, wenn das auch alles so kommt und Trump wirklich liefert und auch sonst nichts dazwischen kommt. Zudem ist es super umstritten, welchen Effekt eine strategische Bitcoin-Reserve überhaupt haben wird. Und es mehren sich auch die Stimmen, die in Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll ist und wenn ja, wie sich das dann letztendlich auch umsetzen ließe. Und was auch immer da rauskommt, es ist schon ziemlich sinnvoll, auch einmal darüber nachzudenken, Gewinne zu entnehmen. Immerhin wird diese strategische Bitcoin-Reserve gerade auch immer mehr und mehr eingepreist. Und falls sich diese Idee im nächsten Jahr in Luft auflösen sollte, dann wird Bitcoin sehr, sehr wahrscheinlich auch eine Menge der aufgebauten Gewinne wieder abbauen. Sondern wir werden dann auch eine größere Korrektur sehen. Kurzum, für manch einen ist es jetzt Zeit, auch mal auszucachen und gleichzeitig möchte man natürlich nicht zu früh aus dem Markt raus. Und ich höre jetzt immer wieder, dass man jetzt so einen DCA-Out machen soll, also aussteigen via Dollar Cost Average. Und die Idee dahinter ist, dass man einen großen Teil oder sogar seine ganzen Bestände über einen längeren Zeitraum nach und nach verkauft. Dabei achtet man dann überhaupt nicht auf den Preis, sondern setzt sich das Ziel, sagen wir mal, sein gesamtes Portfolio über die kommenden zwölf Monate scheibchenweise zu verkaufen. Wenn es dann irgendwann runter geht, dann hat man zwar nicht wirklich am Höchststand verkauft, aber immerhin hat man einen sehr, sehr guten Schnitt gemacht. Und das ist jedenfalls besser, als wenn man zu spät verkauft und dann im Minus raus muss. Aber ganz ehrlich, ich persönlich, ich bin eigentlich kein großer Freund von dieser Strategie. Ich habe das dem letzten Bullenmarkt teilweise so gemacht und also puh, ich fand das super, super anstrengend. Man ist dann während des schönsten Bullenmarktes eigentlich konstant mit einem eher bärischen Mindset unterwegs. Und währenddessen ärgert man sich auch über jeden Bitcoin und jeden Ether, den man vorzeitig verkauft hat, wenn alles gerade immer weiter am steigen ist. Und gleichzeitig fragt man sich, wie hoch das alles noch gehen kann und wird auch permanent bombardiert mit bullischen News. Es ist wirklich die ganze Zeit auch irgendwie so das Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören und den ganzen Spaß irgendwie auch zu verpassen. Also man ist dann andauernd mit schlechter Laune unterwegs und hofft insgeheim, dass es nicht zu sehr hoch geht. Und dabei ist es meiner Meinung nach super wichtig, gerade in diesen parabolischen Marktphasen, dass man sich selber auch ein bullisches Mindset draufzieht. Das bringt gerade in der Banana Zone echt überhaupt nichts, weil die meisten Gewinne in einer super kurzen Phase passieren. Also das sind nicht mal Wochen, sondern eher einige wenige Tage, um die es da geht. Wenn man also in der ganzen Zeit vorher immer wieder verkauft, dann lässt man tatsächlich einfach den größten Anstieg rumliegen. Und gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, gerade in der Schlussphase ist die Stimmung immer so dermaßen bullisch, dass man dann eigentlich überhaupt nicht verkaufen will, sondern, und das ist dann tatsächlich der allerschlimmste Fehler, nochmal nachlegen möchte. Und wenn man darauf dann reinfällt, dann verpasst man den Ausstieg und sitzt nachher doof auf den Verlusten rum. Der Vorteil von dieser Strategie ist aber auf jeden Fall, dass sie super einfach umzusetzen ist. Man setzt sich einfach einen Reminder auf, sagen wir mal den Monatsersten oder einmal die Woche oder so und verkauft dann immer denselben Teil des Portfolios. Wenn man das dann eisern durchzieht, dann bringt man nach und nach seinen Schäfchen ins Trockenen und hat am Ende einen großen Teil seines Gewinns durchgebracht. Ist dabei wirklich gut für Einsteiger und für Leute, die einfach nicht die Zeit haben, sich andauernd mit Krypto zu beschäftigen. Also für die ist das wirklich gut. Wenn man aber ohnehin dauernd im Kryptospace unterwegs ist und quasi wie so ein alter Posträuber immer ein Öhrchen auf der Schiene hat und genau mitbekommt, wann der Zug heranrollt, dann kann man mal über eine Alternative nachdenken und es gibt im Kryptospace so dermaßen viele Möglichkeiten. Und das ist irgendwie auch das Tolle daran. Man hat all die Tools zur Verfügung und es steht einem nicht immer irgendein Bankberater im Weg rum, der einen von den besten Ideen nur abhalten will. Man kann, wenn man Lust hat, immer tiefer und tiefer einsteigen und auch noch sogar ein bisschen was dabei lernen. Also eine Variante wäre zum Beispiel, dass man seine Assets nicht verkauft, sondern hier auf Aave beleidt. Man zieht dann nach und nach Stablecoins raus und kann die dann auch tatsächlich ausgeben. Und dabei hat man dann seine Assets nicht verkauft. Die gehören einem ja immer noch. Die sind ja nur bei Aave hinterlegt. Und je mehr der Kurs steigt, desto mehr kann man rausnehmen. Wenn der Kurs dann irgendwann wieder fällt, dann wird man irgendwann leider auch liquidiert. Und das ist dann erst der Moment, wo man seine Assets verkauft, beziehungsweise das passiert ja dann automatisch, aber zu einem richtig hohen Kurs, weil man ja die ganze Zeit sein Liquidierungslevel nachzieht. Und das habe ich im letzten Bullenmarkt ganz viel gemacht und das hat tatsächlich auch super funktioniert. Und da gibt es tatsächlich von mir auch noch irgendwo auf meinem Kanal so ein Video oder auch ein oder zwei. Und wenn euch das interessiert, ich packe das mal in die Videobeschreibung. Ich suche das gleich mal raus. Heute mache ich das aber tatsächlich ein bisschen anders. Die Zeit ist ja nicht stehen geblieben und gerade im letzten Bärenmarkt sind die Perpetuals dazugekommen, also die Möglichkeit Longpositionen mit Hebel aufzumachen. Vor allem war da ja damals GMX Vorreiter und die gab es im letzten Bullenmarkt tatsächlich noch gar nicht. Und heute mache ich immer, wenn ich was verkaufe, ganz einfach eine gleich große Longposition bei Hyperliquid oder auch bei GMX auf. Und ich zeige das hier auch mal kurz, wie eine solche Position dann aussieht. Also das ist jetzt hier bei Hyperliquid und da sieht man, dass meine Positionsgröße genau 0,1 BTC groß ist. Und das ist auch das, was ich vorher verkauft habe. In der Theorie ist jetzt nur ein Beispiel. Und der aktuelle Wert der Position, der steht daneben. Und immer wenn Bitcoin hochgeht, dann mache ich Gewinn, wie wenn ich genau 0,1 BTC auch in meinem Wallet hätte. Das gilt aber auch für den Verlust und wie viel ich im Plus oder Minus bin. Das steht hier unter PNL und aktuell sind das nur 1,80 Dollar im Minus. Ich habe die Position gerade erst aufgemacht, da ist also noch nicht viel passiert. Und obwohl meine Position gerade 10.000 Dollar, also circa, wert ist, habe ich hier nur 1.600 Dollar eingezahlt. Das ist also mein Einsatz und den bezahle ich von dem Verkauf von 0,1 BTC, den ich ja vorher gemacht habe. Ich bekomme also am Ende sogar noch was raus. Das Risiko besteht jetzt darin, dass ich meine gesamte Einlage von Verlierer, also 1.600 Dollar, und das passiert nur, wenn Bitcoin jetzt auf circa 83.000 runtergehen sollte. Und das steht hier unter Liquidation Price. Und selbst wenn das passiert, habe ich ja noch die restlichen 8.400 Dollar von dem Verkauf übrig. Und dabei ist es aus meiner Sicht natürlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir nochmal so weit runtergehen. Kann aber theoretisch natürlich passieren. Und zu dem Thema gibt es noch viel, viel mehr zu erklären, vor allem, was die laufenden Kosten dieser Position betrifft. Aber das soll hier erstmal reichen für den Moment. Ist ja nur eine Anregung, was mit Krypto so alles möglich ist und vielleicht mal einen Teaser meiner anderen Videos zu gucken. Jedenfalls für mich ist das gerade das ideale Tool, weil ich damit rechne, dass um die Amtseinführung herum, also ab Mitte Januar, der Markt deutlich abkühlen könnte. Also ich sage nicht, dass das passieren muss, aber ich plane das ein bisschen ein. Und will schon mal etwas von meinen Gewinnen absichern vorher. Und gleichzeitig denke ich aber, dass die Möglichkeit besteht, dass es dann einige Wochen später oder vielleicht auch einige Monate später wieder richtig hochgehen wird. Also immer mal vorausgesetzt, Donald Trump und seine Leute liefern auch und es kommt nicht noch irgendwas im Makrobereich dazwischen. Es gibt ja schon auch so ein paar Risiken, also zum Beispiel das, was in der Ukraine passiert, der Nahosten, die Weltwirtschaft und so weiter. Keiner weiß das jetzt und ich würde tatsächlich gerne ein bisschen was an Gewinnen rausnehmen. Also checkt mal die Videobeschreibung, ich packe euch da ein paar Sachen rein, falls euch das weiter interessiert. Schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Bis bald, alles Gute, Tschüss.